Salut zusammen, das ist Manuel, ich bin Marco, wir lernen Kältensystemmonteur im vierten Lehrjahr bei Firma ZTH und zeigen euch heute unseren Berufsalltag. Kommen mit! Als Kälteler sorgen wir für die richtigen Temperaturen. Dank uns hat es in Büros, in Shoppingcentern, im Spital, in Hallenbädern oder in Serverraum immer die richtige Temperatur. Wir bauen Wärmepumpen und Kältemaschinen zusammen und installieren sie. Wir machen Service und Reparaturen und sind darum auch viel bei Kunden unterwegs. Kältensystemmonteur ist ein Beruf mit Zukunft. Wir sind gefragte Leute und es braucht je länger sie mehr. Entsprechend verdient man gut. Schon haben wir einen Tag in der Woche in unserer vierjährigen Lehr. In unserem Beruf kann man die Karriere in verschiedene Richtungen machen. Wir können uns zum Beispiel weiterbilden zum technischen Leiter von einer Firma oder können als Gebäudetechnikplaner in einem Ingenieurbüro bügeln. Auch Chefmonteur oder Energieberater sind Möglichkeiten. Für einen Beruf Kälteler zu lernen ist es wichtig handwerklich geschickt zu sein und technisch cool zu finden. Physik und Mathe sind wichtig in unserem Beruf. Neben dem muss man selbstständig arbeiten und mit anderen Leuten umgehen können. So, das wäre es schon gewesen. Wenn es euch gefallen hat, bewerbe mich doch für eine Schnopperlehrstelle bei Firma CTH. Tschau zusammen! Das war's! 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 Vielen Dank.